Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Obst, haben Beerenfrüchte, mehr Zucker? Stimmt das? Ist das richtig? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistente mit Kassenzulassung und eigener Praxis und eine Patientin kam zu mir in die Beratung mit der Fragestellung, sieht auch süß aus, mit der Fragestellung, ob die Beerenfrüchte, also zum Beispiel Himbeeren oder Erdbeeren oder Brambeeren, ob die zum Beispiel besser sind, also weniger Zucker enthalten, als zum Beispiel Orange, Apfel, äh, Mandarine, Orange, Apfel. Ist das jetzt richtig? Also, ihr habt erstmal im Ernährungsmaß die Portionsmenge von zwei Handschalen voll. Ich zeige euch das gleich auch nochmal von Nähren. Das heißt, zwei Portionen Obst pro Tag sind die Menge, die immer empfohlen wird. Warum? Zu viel Fruchtzucker erhöht den Blutzucker, wenn der Blutzucker schneller hochgeht, geht die Insulinkaskade hoch und dann wird aus Fruchtzucker schneller Körperfett gebastelt. Aber zur Fragestellung zurück, hat jetzt das Beerenobst tatsächlich mehr Zucker? Dafür zeige ich euch was. So, ihr Lieben, jetzt seht ihr hier zwei Handschalen voll Obst. Ernährungsmaß ist erstmal die Portionsmenge und zur Fragestellung mit den Beerenfrüchten zurück. Die 10 Gramm Kohlenhydrate sind in der Regel vier Würfelzucker, also für die Vorstellung vier Stücke Würfelzucker. Und hier seht ihr, dass in jeder Tellerportion, die hier drauf ist, 10 Gramm Kohlenhydrate drin sind. Und ja, wenn ich mir die Johannisbeeren angucke, habe ich vielleicht etwas mehr gefühlt als die Erdbeere. Aber von der Portionsmenge her sind die Brombeeren oder die Himbeeren auch alles eine Handschale voll. Bis auf das Trockenobst, da sehen wir, dass es ein bisschen mehr ist. Das heißt, die Beerenfrüchte an der Stelle haben nicht mehr oder weniger Zucker als irgendwelches anderes Obst. Also das ist immer so ein bisschen Irrglaube. Da geht es sicherlich um so ein paar Gramm oder ein paar Rechnungen, die man hat. Die KI nochmal für alle steht für Kohlenhydrateinheit. Und diese sind zum Beispiel Tabellen, die man im Diabetessektor nutzt, wenn die Menschen lernen müssen mit Diabetes, wie viel Zucker drin ist, um dann das Insulin abgeben zu können, also zu spritzen oder mit der Pumpe abgeben zu können. Und hier seht ihr auch, 4-5 Pflaumen, eine Kiwi, einen Pfirsich, eine Scheibe frischer Ananas und bei Melone, egal ob Honigmelone, Wassermelone, Cantaloupemelone, Melone sind immer zwei Finger breit ein Stück. Und hier haben wir noch die Weintrauben. Ich sage immer, behaltet im Kopf eine Handschale voll. Und an der Stelle, wer keine Kohlenhydrate, also kein Insulin spritzt, muss das ja auch nicht berechnen. Das heißt, deswegen kann ich dann im Groben einfach immer eine Handschale vollnehmen und deshalb das Ernährungsmaß, Partionsmenge, Handschale. Also Mythos, Beerenfrüchte haben nicht weniger Zucker. Woher auch immer das kommt, so typisch Ernährung. Ihr seht hier nochmal einen Löffel Marmelade. Da wird ja zum Beispiel Obst püriert. Da diskutiert überhaupt gar kein Mensch den Zucker oder wenig. Hier haben wir sozusagen nochmal diese Tellerportion. Hier ist nochmal, genau, kann man das so sehen. Das heißt, in der Diabetologie werden solche Kärtchen verwendet. Und dann kann man damit lernen, sozusagen, wie die Portionsmenge ist. Und an der Stelle wisst ihr also, Beerenfrüchte haben genauso viel Zucker wie alle anderen auch. Also liebe Grüße an alle Diabetologen und Fachleute da draußen. Lasst euch nicht immer betüllen, was da alles irgendwie an Informationen in die Welt geht. Sondern man muss wirklich einmal gucken, was ist wirklich los und wie sieht das aus. Und wenn ich das in die Tabellen eingebe, dann habe ich in der Regel vielleicht fünf Johannesbeeren mehr. Aber das macht den Kohl ja an der Stelle nicht unbedingt. Bei Afrikosen sieht das anders aus. Als ich hier mehr, habe ich natürlich auch mehr Zucker. Ja, das ist aber auch für getrocknete Äpfel, das ist für Rosinen so, das ist für Trockenfrüchte allgemein so. Weil das Wasser raus ist, haben die halt einen höheren Zuckeranteil. Also ihr Lieben, Menge, zwei Handschalen voll Obst. Und wer mehr zu den Portionsmengen wissen will, kann im Ernährungsmaß gerne stübern. Ihr Lieben, Videos gibt es darüber schon. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Und ja, ich hoffe, wir haben diesen Mythos Beerenfrüchte auch einmal aufgeklärt. Liebe Grüße zu euch und danke fürs Zuhören.